Komm! Los! Komm! Springen wir drauf? Komm! Komm! Einmal springen! So einfach so! Soll ich jetzt anfangen? Servus Leute! Komm zu meinem ARC Video! Das wird unser letztes ARC Video Staffel 1 Ich und Nico haben uns jetzt besprochen und sowas und haben beschlossen wir geben auf Philipp wird ja bestimmt das Video sehen also herzlichen Glückwunsch! Wenn du willst, können wir so machen dass du bei der 100. Folge wenn du die Brutmutter machst, dass du dann Livestream machst und wir kommen einfach wieder zu dir hoch oder sowas Kann man gerne machen So, aber ich und Nico Ich hab zu Nico gesagt Ganz ehrlich Wir haben jetzt nur 40 oder 40 Folgen Zeit wir müssen noch alle Höhlen machen und wir haben T-Rex hier, die machen weniger als ein Gandalf Schaden Deswegen haben wir uns also beschlossen Ähm wir geben auf Aber ich finde Nico sag ich dir ganz offen und ehrlich wir können eigentlich stolz auf uns sein was wir eigentlich gemacht haben Dafür, dass wir Noobs sind Digga, haben wir einen T-Rex Zwei Und ein Spino Und ein Gandalf Und viele Krokodile Deswegen Ey, ich bin dieses Sabot Tough Typen Und ähm Es wird dann bestimmt irgendwann mal noch Staffel 2 geben Ich will aber jetzt erstmal pausieren von Ark Weil nach einer Zeit hast du echt keinen Bock auf Ark Aber Ich weiß nicht, ob wenn das Video draußen ist ob es schon kommt, Nico Ähm Du und Philipp Ihr habt ja Seven Days to Die aufgenommen Ne, noch nicht Das kommt, äh Bei Philipp, also bei Bier mehr Kommt dann in Seven Days to Die mit Nico Klingt auch ganz geil so Wie gesagt Ich brauche erstmal Pause von Ark Es wird irgendwann mal bestimmt noch Staffel 2 geben Und dann vielleicht ist bei Staffel 2 so Dass ich alleine bin Und Nico und Philipp im Team Oder Nico ist ganz alleine Und ich bin alleine Und Philipp ist alleine Das ist Lassen wir uns überraschen, ne Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen So das ist das erste Projekt Was ich richtig krass durchgezogen habe Finde ich Normalerweise wenn der Projekt ist Äh Sind schon nach 2 Minuten vorbei Äh 2 Folgen oder sowas Deswegen Ja Bedanke ich mich fürs Zuschauen Philipp Seid gekrönt Ich bring dir auch eine Krone von Burger King mit Ja Wie gesagt Es war ein Vorschlag mit einem Livestream War geil die Wette Hat Spaß gemacht Es gab viele Zeiten Da habe ich mich am Kopf gefasst wegen Nico Es gab Zeiten Da konnte ich nicht schlafen wegen Nico Es gab Zeiten Da war Nico einfach Es gab Zeiten Da hatte Nico auch mal seine Prime gehabt Die Zeiten waren halt sehr gering Über 5 Minuten oder sowas Ich hatte welche Ich hatte welche Ja Ja Nico Naja Da würde ich sagen Lass ihn da Ich werde bestimmt irgendwann mal was machen Ich werde bestimmt irgendwann mal was machen Wie siehst du Ne Ich sage Ciao Leute Willst du noch was sagen Nico? Ok Tschüss Tschüss Tschüss.